Schau, ihr wunderschöne Menschen, willkommen zu What's News. Hier verpasst ihr keine Videos und keine neuen Bilder auf Facebook. Was gab's letzte Woche Lustiges? Zum einen ging's los bei Dishonored, auf sehr schwer, jedenfalls die ersten Versuche und meine Lieblingsbeschäftigung, das Flaschen schmeißen. Bam! Ah, er ist tot. In dein Gesicht. Ach so, er meint, ich soll dir mit Glas auf den Kopf schmeißen. Glas schmeißen? Ich müsste lautlos das Glas zerstören irgendwie. Hm. Dann darf man auf keinen Fall vergessen, wie gemütlich ich mich entspanne bei dem schönsten Bosskampf der Welt, bei Batman Arkham Origins. Ich höre das sofort auf, dieses Kack-Piss-Spiel. Ich weiß nicht, wann ich hier Scheiße drücken muss. Fick dich, Alter. Wenn ich höre das gleich... So, fick dich, es ist zu Ende. Schön war's, oder? Und ich hab einen Lebenspunkt und gleich bin ich tot. Okay, das war's jetzt. Ich höre auf. Tschüss, Leute. Dann kam die erste Ausgabe von jetzt. Mal ehrlich, da ging's um die PS4 oder die Xbox One. Was hole ich mir? Und so weiter und so fort. 30 Minuten dauert das gute Stück. Und ich bin so blöd. Ich bin so blöd im Kampf gefallen. Was? Oh nein. Oh Gott. Zwei Meter geht's da runter. Ich muss sterben. PS4. Ne, freilich Xbox. Früher bin ich blöd oder was? Xbox. Ja. Xbox. Freilich Xbox. Mensch, Xbox. Ja. Dann ging's weiter mit Dishonored und einer Sache, die ich seit Jahren machen wollte, weil sie mich verfolgt hat. Im Traum sogar. Aber seht selbst. Jetzt hat auch das Sprichwort, die Ohren haben Wände, ganz andere Bedeutung. Ne, die Wände haben Ohren. Wie gut, dass hier jemand eine Dose mit eingelikten Falla-Falla-Fa-Waffel... Jetzt gleich, 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 gleich. Oh nein. Nehmt diesen Busch fest. Wachen. Der Busch. Auch noch sehr schön jedenfalls für euch war die Kein-Kühlschrank-Mafia-2-Folge. Ich dreh echt gleich am Rad, ey. Das ist doch scheiße. Oh Gott, ich hau mir gleich meinen Schuh auf den Kopf, ey. Das kann doch nicht sein. Ich will nicht mit dir reden. Ich hasse dich. Das von dem blöden Wichser, hast du keinen Bettlaken oder was, du Arschloch? Es ist doch kalt nachts. Zum Beruhigen gab's dann ein bisschen Chivalry. Das schöne Strategiespiel für Jung und Alt. Ich hab seinen Kopf zerfetzt. Ich hab noch nicht einmal zugeschlagen. Der Haffala-Fu-Fu. Wipi. Baaam, Bitch. Ich hab mich wieder beruhigt, bin also wieder zu Mafia 2 gewechselt. Steig doch. Er sagt mir auch nicht, wie ich einsteigen kann. Da halt doch mal's Maul, wie er mich ablenkt. Wie spät ist es? Ich schau auf die Uhr. Ich fahr gegen was dagegen. Und dann sagt ich so aufhören. Oh, sieht mich der denn nicht, ey. Gibt's doch richtigse Ignoranz. Außerdem gab's ein zweites, jetzt mal ehrlich. Diesmal zur PS4. Also die Konsole selber ist sehr viel kleiner, als ich dachte. Ich dachte, das ist voll der fette Batzen. Und noch zum Schluss die Outtakes mit Untermalung von Dummheit aus der Dose. habe 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 ps4 jetzt mal höre ich mich an wie herrg tätigkeit nach außerdem gab es ein zweites jetzt mal ehrlich